Boah, endlich wieder Fußballtraining, Digga! Ich hab so Bock, Digga, heute ist safe nur Spielezi. Boah, ja, safe! Servus Männer, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr hattet allen einen schönen Urlaub. Ich weiß nicht, warum ihr die Bälle mit rausgenommen habt. Die brauchen wir gar nicht. Hä, Coach? Aber... Nein, keine Diskussion, Laufschuhe an, auf geht's! Oh, so eine Scheiße, Alter! Scheiße, Mann! Ich hab keinen Bock, Mann! Eine Ewigkeit später. Sehr gut, Männer! Gewöhnt euch dran! Das geht jetzt zwei Monate so!